Du willst keine Storys mehr verpassen? Dann abonniere diesen Kanal und aktiviere die Glocke. Ich war wieder bei Wilko und Udo. Wieder richtig Spaß gemacht, die beiden mal wieder frisch zu machen. Ein bisschen frech, flott und pfiffig. Richtig Bock gemacht. Ohne Witz. Das ist immer ein Highlight, wenn man nach Stehenfelde kommt. Es ist einzigartig. Es gibt noch reichlich Videomaterial. Es kommt alles morgen. Deshalb in diesem Sinne, tschüss. Ich habe meine Haare voll gemacht. Wie sollst du denn da alles voll machen? Das wirst du gleich sehen, wenn ich flott bin. Und Luis hat was mitgebracht. Damit dir da oben nicht noch mehr wegbrennen. Jetzt brenne ich ihn ein. Hast du das gehört, was er gesagt hat? Ich habe noch recht. Ich habe noch ein gutes Haar, meine ich. Ich habe noch selten so viel Haar. Siehste? Luis, du glaubst ja nicht. Ich habe vor 14 Tagen wieder ein Angebot gehabt. Nee. Ja. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.